Hey Genossen, checkt die Flossen. Hier ist euer Appa Klaas und willkommen bei der neuen Folge Daisy Standalone. Mit dabei ist wieder der ganze Trupp von der letzten Folge. Wer nicht weiß, wer in der letzten Folge dabei war, geht jetzt zur letzten Folge oder zur vorletzten Folge. Joa, da geht's weiter. Und überhaupt, weiter geht's. Und Patrick und ich haben hier ausgeschlafen, jetzt geht's weiter. Joa. Wir haben uns entschlossen, nach Lumbermill zu gehen. Die anderen sind nämlich schon da. Ja, wir warten. Jetzt machen wir erstmal einen Schuss, einen Waldspaziergang. Wir machen's wieder. Naja, nach so vielen Actionfolgen ist ja nicht mal so schlimm, dass jetzt drei er... Weil natürlich gerade Lumbermill ist wieder recht riskant, wobei unser Server ist halt noch recht leer. Naja, gute Scheunen wieder welche, ja. Hast du neulich an deine Schrotflinte? Vielleicht sollten wir mal dann, äh, nächstes Mal einen volleren Server suchen. Joa, bei der nächsten Folge, dann... Dennis, ich hab das für dich, komm mal her. Ja, stimmt, wir können ja dann mal in der nächsten Folge, wenn wir uns alle getroffen haben, mal wirklich sagen, okay. Den Hund ist ein vollen Server wieder ran, wo wir halt so raufschauen können, dann geht die da ab. Dann legen wir in, äh, legen wir auf dem Airfield, äh, M4 hin und dann... Das kommt von All-O-Werts oder so. Das kommt von All-O-Werts oder so. Weil das... Das ist so lang... Also das wäre zeitaufwendig, ja. Direkt. Und da und da immer die Straße bleiben. Was? Helm und Waffe anmalen. Ach, die Hel... Den Helm, ah... Ach, Helm kann man auch ansprühen? Ja, okay. Cool. Echt? Ja, die Waffe ist ja schon. Ach nein, Zombie, lauf! Wer bei den Helm findet, könnt ihr mir den mitnehmen, dann. Boah, das stimmt. Ja, hier war ein Badly Damaged Helm. Ist egal. Der Helm ist nicht. Ja, okay. Ich nehme den jetzt. Also wenn du willst, kannst du einen UN-Helm von mir haben, der ist noch grün. Nee, nee, Motorradhelm wollen wir. Ja, ich habe einen für dich. Gut. Dankeschön. Ist der auch grün? Schon, oder? Nee, ich glaube, ich laufe falsch. Ich habe ein grünes Spray, also das würde schon wieder. Ach so. Wo genau seid ihr in Lambarmel? Äh, komm zur Kirche, dann treffen wir uns da. Ach so, wir wollen erstmal eine Runde beten, alles klar. Ja. Absegnen hier. Auf zur Kirche, komm. Bisschen Kirche entweinen. Bisschen schon nah an der Käse. Nehmen wir da Zombies erschlagen natürlich. Weihwasser am Tag. Weihwasser trinken. Weihwasser trinken. Beides wären wir zu dreckig. Nee, ich bin jetzt mit auf dem Feld. Erstmal eine Runde Weihwasser schmessen. Weihwasser schmessen. Okay, dann wir mal zurück ins Haus. Ach so. Ja. Aber wenn er noch so weit weg ist. Man weiß ja nie, was hier passiert. Ah, das stimmt. Frag mal Dennis. Warum? Darüber werde ich jetzt die ganze Zeit drauf rumhacken, wenn ich es vergesse. Auf was wirst du rumhacken? Du hast mich erschossen lassen, wenn ich meine ganzen Muisin-Naggant-Munition verloren habe. Bei den 200 Schuss. Was ist? Hast du was zu essen? Ach und das haben die anderen einfach liegen lassen? Oder selber? Nee, das hat der Kobe aufgerafft. Nee, ich hab nichts mehr. Hat er sich eben eingeloggt. Ist dann wieder rausgegangen, weil er wenn er ein Bildschirm ändern wollte, dann hat er sich wieder eingeloggt, dann war auf einmal alles weg. Nur der gar nicht gestorben ist. Oh, okay. Au, da ist einer müde. Kann passieren. Der Krieg kommt im Zweikampf jetzt. Er oder ich. Nee, wir boxen. Boxen hilft wirklich. Wo bist denn du? Der rechts. Was? Ach, hier seid ihr. Batsch, niedergeschlagen. 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 Was sind die Machete? Oh, ich boxe jetzt gegen drei Zombies. Oh, unser Linken liegt man schon. Ich bin nicht aufnehmen kann. Wie hat er noch mal vorhin gesagt? Denn... Brenzino. Zeitlos, allein. Brenzino. Aber ich muss sagen, das ist echt so ein schönes Postkarten... Panorama. Was ist das in der Stadt, ne? Oh, so ein schönes Postkarten-Panorama. Hier mit den Welchen davor. Hat doch was. Ein schönes Reisgebiet. Macht man hier ein bisschen Urlaub. Hm? Der würde nicht gern, wir würden Video-Ulaub machen. Äh, so was, diese, diese... Gebäude sind ja meistens von realen... So, wir haben jetzt vier Zombies geboxt. Das macht euch ja sein. Und es gibt halt totale Arma 3 oder halt insgesamt... ...Daisy-Fanatiker, wo echt zu solchen Häusern hinfahren und das halt übel feiern das jetzt vor dem Haus in den Regal stehen. Das nächste Mal. Geben sie da auch ne FKS suchen oder ne Musi? Nee. Aber sie sind dabei. Nee, jeder wo der so frei kommt dann so, hey, are you friendly? Ich hab grad drei, vier, fünf Zombies geboxt. So, das muss ich mir lange noch aufpassen. Ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, ne? Ich hab grad übrigens eine rote D-Sync-Kette. Oh, Brickgelände. Ich übrigens auch. Ich nisch. Ich nisch. Ihr habt auch, äh, wir haben auch alle einen, äh, D-Sync von 10.000. Cool. Oh. Oh ja, stimmt. Ja, so sollte kein Problem sein. Alle. Wärst du jetzt alle Spieler haben? Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt hast du nur noch einer. Jetzt geht's wieder. Vielleicht der ist halt jetzt nur noch. So. Ich seh den Hafen. Ich bin doch aus dem Fabrikgelände jetzt gewesen. Ja, wir warten. Wir warten an der Kirche. An der Kirche. Oh, ist nimmer weit. Wie weit seid ihr, Niklas? Ich weiß es nicht. Sind gleich da. Also wir sind schon in, äh, Berenzinho-Lambarmel. Lambarmel sind wir auch, ne? Was? Ähm, irgendein Abonnent hat nicht aufgeklärt. Äh, ich bin am Kernkraftwerk von, äh, Pripyat. Ja. Ja, naja. Gut, Lamarmel. Ist das Industriegebild von Lambarmel? Äh, von Lambarmel. Äh, von Lambarmel. Genau, und da sind hier jetzt auch mittlerweile. Richtig. Mhm. Sagt ihr schon in der Kirche? Nein, noch nicht. Sagt, wenn ihr da seid. Dann kommen wir raus. Ich bin ja alle im Schornstein, wenn ihr den seht. Keine Angst, du wirst schon erfahren, wenn wir da sind. Ja, komm zur, äh, komm zur Kirche, dein Christ. Wenn du den siehst. Ich weiß. Also, wenn du nur zwei, zwei richtig coole, heiße Typen siehst, das sind fertig oder nicht. Ja, hier, wir haben hier aber keine Fenster, die so auf Kirche zeigen. Also, von der Kerl. Seid ihr in der Kirche? Ne. Ne. In der Kirche. Ah doch, ja. In der Kirche. Ich bin nämlich jetzt da. Ich bin gerade auf dich aufmerksam geworden. Ja, komm mal, ne? Hier liegt ein toter Zombie? Ja, der, der ist nämlich da von da oben gesprungen und wenn die von zu weit oben springen, sterben die. Also. Damit sterben sie sich, äh, roten die sich selber aus, sag ich mal. Gut, lass mal hier schnell mal in die Türke. Seid ihr hier? Ich bin hier unbekannt vor. Willkommen grad. Ja, weil wir hier oben eigentlich noch nie waren. Hallo. Hallo. Oh, direkt drei Leute. Wer seid ihr? Komm mal mit, ich zeig dir mal erst, guys. Warte mal kurz, bleib mal genau so stehen, bitte. Bist du mich boxen? Nee, ich wollte nur kurz was gucken. Nee, du guckst gar nicht, so wird nicht gekresselt. Du hast ne Magnum? Ich hab ne Mission für ne Magnum, eigentlich. Ich hab ne Mission für ne Magnum, eigentlich. Lass den mal laufen, jetzt. Ich hab ne Magnum, die ich abgeben kann. Nee, doch nicht. Ich hab ne Magnum, die ich abgeben kann. Ja. Ich hab Munition für den Mosin. Hehehehehehe. Genau. Kann es mehr geben. Warte, hier. Warst du ne Magnum? Nö. Ich geb dir die, äh... Gerade hat er mir perfekt gesehen, wie die Zombies einfach fallen und sterben. Die Mosin, Munition für den Mosin. Ich komm. Komm mal mit, ich zeig dir, wo er ist. Okay, okay. Kommt dir auch mit, bitte. Ja. Müsstest alle sehen, wie ich einen als Kaiser aufnehme. Hm, so dahinter ist der Hafen. Ach du Gott, ist hier der Polizeistation? Ja. Obendrin. Ja, man sieht Lammmommel, ne? Dann schauen wir mal, dass wir unversehrt in die Kurze kommen. Alter, wenn wir hier das Polizeigebäude eingenommen haben. Ja, um nicht, dass wir hier schnell weg des Schnaipers werden. Ach, Alter. Gehen Sie? Ja, im andern Raum. Komm. Hier. Oder? Hat hier einer von euch genommen? Mhm. Nein. Äh, wo ist sie hin? Ich gedacht noch hier. Dann war hier ein anderer Spieler und ich hätte ihn genommen. Genau. Du musst so irgendwie hin und schlagen ihn. Nein, ist die Wahnsinn. Hast du denn überhaupt ne Waffe dabei, oder hast du jetzt gar nicht anwarten? Ich hab nur ne Axt, ne Sprit Axt. Und ein bisschen Munition aufgeracht. Ja, das reicht doch. Nö. Ja, stimmt. Wenn einer von euch fliegt, dann könnte ich die Arme looten gerade. Wird aber nicht passieren. Meinst du? Ja. Ich spreng mich in die Luft. Ja, ja. Ich könnte dir schon mal ne Pistole geben. Ich hab aber keine Muni mehr. Hast du ne 45er? Ich habe... Ja, du hast ne FN. Ja. Oh mein. Oh mein. Ich hab ähm, ich hab auch welche. Ja, ich hab mich auch welche. Nachts ins Schuss. Ja komm her, ich geh dir noch ein bisschen. Oh geil, die süße Kerle. Die sind ganz süß. Wir sind übrigens gleich da. Ja, hier nimmt eine Einladung. Der Kubi ist ein gleiches Malerzino. Nein, nein. Die looten irgendwie Gartenhaus. Wo die wetteren, die wir gehen, die Worte. Ja, wir looten gerade die Polizeigete ab. Ja, wir looten gerade den Polizeistagern. Goliath. Ja, wir looten gerade die Polizeistagern. Ja, wir mit den Polizeistagern! Ja, wir looten gerade den Polizeistagern, die Lina. und gut die sich zur Polizeistattung nur an und zu ich habe nicht der Magazin aber ein Schuss was soll ich mal während des Spiels oder für die die Magnum er auch nicht Mann und Munition ist er Da ist ja schon die Polizei Ist da schon Schuss drin? Aber zur Polizeistaktion? Nee, ich geh zur Kürfe Ist sicherer, ne? Ja Nicht, dass einer von denen noch einen nervösen Finger hat Wo seid ihr denn? Na bei der Kirche Ja, okay, komm jemand zur Kirche Ich bin Polizeibeamter Ich bin gerade hinter der Kirche Ich bin gerade hinter der Kirche Hallo Habt ihr auch schon die Garage hindurchsucht? Ja, ist alles leer Du hast den Helm für mich, ich bin deinem Grey Hoodie Ah, ich hab den Äh Wer ist das hier mit dem Barrett? Sexy Dieses sexy Roman Wer hat ein Barrett? Barrett mit einem roten Stern oben drauf Hier hat niemand ein Barrett Doch Wie? Da drin? In der Polizeistatze Da sind noch zwei Mit ner SKS Ja Mit roten Rucksack Ja siehste Das war mir doch klar Können wir uns dann mal alle treffen Wir können Wenn der wär schon lange tot Feuerwache Feuerwache gibt's hier nicht Können wir uns dann mal alle irgendwo treffen Aber nicht unbedingt in der Feuerwache Vielleicht am Bahnhof oder so Ja am Bahnhof, komm Im Tierschiff Okay Lombomös sind wir Ab zum Bahnhof 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 St Ich bin bedenkt Anles der Bahnhof irgendwie leer. Kommt ihr zum Bahnhof? Ah, ne zum Bahnhof. Bisschen beiges Techniker. Nicht weglaufen. Ja. Wir wollen mal gucken, wo die bleiben. Habt sie euch auch schon alles rausgeholt? Ja, ich muss auch mein Kind hier beschützen. Das gerade beim Arzt. Na, nochmal nochmal. Hallo. Warte, warte ich schon mal. Wer steht jetzt hier vor mir mit nem Feuerlöscher? Hier, das bin ich. Ne, der Kollege. Ähm, wer ist das denn? Der ist mit Schleswig. Äh. Du musst abnehmen. Warum? Frag Dennis, der ist schuld. Den Spaß. Ja. Ja. Wir sind am Bahnhof jetzt. Ja. Ja. Okay. Wer ist jetzt hier bei mir laut am hinterherlaufen? Na, ich. Wer ist ich? Der Kay. Der Kenny. Ne, der Kay. Der Kay. Der Kay won. Der Kenny nicht. Kenny. Hätt ich das mal getötetet. Oh mein Gott. Ich hab Kenny getötetet. Den, den kämst du nicht? Die Kay. Die Kay. Die Kay. Wo ist denn der Bahnhof? Äh. Da hinter uns da. Ah, da. Okay. Was seid denn hier für Nubis, ey? Ja mein Gott. Nur weil ich schon seit 10 Jahren wohne. Was? Unter Bahnhof. Unter Bahnhof. Unter Bahnhof. Unter Bahnhof. Da wo die sitzen sind. Nein. Die Bahnhof. Alter, jetzt die Jasper rett mal nicht so blöd drum. Ja, ich will nur gucken wo die bleiben. Guck ich ja auch. Das wird hier ganz wahnsinnig. Das führen wir mit den Helmtests tue ich. Genau, wir wollten eh noch wissen ob der Motorradhelm auch in Ordnung ist gegen Kopfschlösser. Ja. Wenn du auf den Maul fällst, dann helfst du auf jeden Fall. Ja, einen Rucksack darf ich den haben? Ne. Ausnahmsweise. Ne. Ausnahmsweise. Dein Arschlöscher. Aber nur dieses eine Mal. Ja, genau. Beim nächsten Mal schießt du mich, ne? Ja. Pass auf was du sagst. Tollgum. Ich bin gut bewachnet. Wir legen uns alle auf den Boden. Ziehen die Waffe. Ziehen die Luft. Ziehen die Waffe. Ziehen die Luft. Und einer sollte überprüfen, dass hier auch nichts passiert. Ja. Weil man gesehen hat wie ne ganze Truppe an gut bewaffneten Leuten in den Bahnhof rennt. Könnte das ein interessantes Ziel sein. Alle, alle müssen mitmachen außer Patrick. Patrick ist hier. Ja super. Ich. Nein, das bist nicht du. Doch, das bin ich. Ich. Oh, ich kenne die Scheiße. Die Kettelei. Was ist mit deinem Grey Hoolie passiert? Wir habe ich aufgesessen. Wir haben sie aufgesessen. Wir haben sie aufgesessen. Wir haben sie aufgesessen. Die macht sie da. Wenn man sie benutzt. Wenn man sie benutzt. Wenn man sie benutzt. Ja. Drück mal leer, das sonst wiederhoben. Das geht der Preußen nicht. Ich glaube der Kay macht's gerade noch. Achso. Wird die kaputt? Ja man, geil. Sieht voll schwul aus. Sieht voll schwul aus. Genau, die Frau gebläst mir ein. Räumen bei der. Was? Pustekuchen würde ich mal sagen. Schieß mal. Kobi ist jetzt auch ein Lammermill. Er bringt ein paar äh. Er bringt Kanonenfutter mit. Cool, hey. So, dann guck ich mir doch weg. So, wollen wir? Ja, ich würd sagen wir haben jetzt mal hier. Wo wollen wir hin? Ja, warte. Ich fau mal kurz auf die Zeit. Ach, die Folge ist jetzt zu Ende. Wieder. So ein Zufall. Immerhin, wir haben sie uns. Alle gefunden. So, und so in der Folge müssen wir ein Spiel aufrechnen. Wir werden gefahren. Ja. Nächstes ist ja... Na, jemanden hole dem Toratel zu halten. Wir wollten nächste... Nächstes so. Nächstes so. Nächstes, wir die nächsten paar machen. Dadurch hab' gerade den Kopf vom WDR. Okay, auf... Ich til jetzt runter von 3 bis 1, sondern bei 1 sagen wir alle tschüss, okay? Ne, nein. Nein, nein. Nein, schießen wir alle auf die Tomate. Und ich schieß auf den Dennis! Aber nur auf die Tomate. Ja. Okay. Drei. Dwei. Eins. Ich konnte nicht schießen. Das ist ein Blinkginger. Okay, dann würde ich sagen, damit werde ich in die Folge gehen. Tschau. Tschüss.